Hallo liebe Leute, Willkommen vom LS19 auf der Schraubenbach wieder mal mit dem Fendt. Und jetzt geht es wieder an die Arbeit. Ja, leider weise die Tage, die kommen jetzt in der Klasse zu arbeiten, weil wir jetzt in der Klasse waren. Leider haben wir auch ein bisschen runde geschraubt, weil wir ein bisschen waren die Felder nicht mehr an der Arbeit. Und wir wollen jetzt den Tunkel noch aufhören. Tunkeler noch. Ich könnte noch erstmal runter schrauben. Nein, ich habe jetzt gerade vorhin noch mit meinem bösen Mann noch, wenn es Sachen gab, wie war es denn was? Weil nicht, dass wir dann wieder irgendwas tun und keiner ist da und dann nicht abgesprochen. Und dann noch eine Flecke. Nee, ich habe. Dann noch weiter. Komm, natürlich auch. Wir haben ein Fest abmachen. Also er kriegt sein Standardform für die Fall und ich kriegt mein Standardform für Fall. Dann können wir unterscheiden werden, wo was. Wenn auch nur was drin in der Kammer ist, das ist dann, wie gesagt, bescheiden. Ich könnte auch sagen, weißt du was, das liegt mir vorhin nur 4.000 Liter und dann nicht mehr. Aber ich würde meinen, wie das Ei jetzt auch nicht sagen. Aber ich kriege weiter was, fast wieder. Und dann auch. Das kommt jetzt eben mit dem Dubleibsch mit vorne. so ja ich war jetzt überall durch und in kleinen sauberkeit und in kleinen saubern Mir geht es leider nicht auf die Ballen, aber naja, man kann das erste Mal so haben, wie im Leben. So, das hochzieht. So, das war die Ballen. So, das hat jetzt wieder ein Dügel. Nach einer gewissen Zeit mache ich dann Ballen, weil die Ballen für Biogas da direkt brauchen, dass er mindestens wieder etwas abwerfen sieht. So, das war die Ballen. 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 Die Felder sind verdammt groß und die fressen jedes Mal das Ding. Die Felder sind verdammt groß. 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 Unterweiter gehen, weil sonst wird dann richtig bescheuert, fäschig ein. Aber na ja, mal gucken. So, das ausschalten. Oh scheiße, muss ich... 2.95 noch schnell noch... ...Landschutz überschmeißen. Hier wieder geknud. Weil der Mieser fängt die Bäume... ...Geh, Drei, 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 Drei... ...und, zack, so lasst der mal hier stehen. So meine Lieben, wir verabschieden und bis zum nächsten Mal. Tschüss!